Willkommen bei Babyzauber. Baby-Namen, Merkzettel und Hitliste erstellen. Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Namen für Ihr Kind? Dann sind Sie bei babyzauber.com genau richtig, denn hier können Sie zahlreiche Namen suchen, vieles über Sie erfahren und direkt einen Merkzettel anlegen, damit Sie keinen Ihrer Favoriten vergessen. Aber wie genau funktioniert das Anlegen eines Merkzettels denn eigentlich? Neben jedem Namen finden Sie einen kleinen Notizblock, über welchen Sie den ausgewählten Namen einem ganz persönlichen Merkzettel hinzufügen können. Hierfür müssen Sie sich nur in unserer Community anmelden. Dort finden Sie Ihre gesammelten Namen übersichtlich aufgelistet. Neben dem Anlegen Ihres ganz persönlichen Merkzettels haben Sie zudem die Möglichkeiten Hitlisten zu erstellen und diese mit Freunden in der Community, aber auch außerhalb von Babyzauber zu teilen. Eine Hitliste legen Sie ganz einfach an, indem Sie die Namen aus Ihrem Merkzettel über die Diskette hinzufügen. Erstellen Sie dann Ihre persönliche Hitliste mit Ihren Favoriten. Geben Sie ihr einen Namen und ein Bild und schon können Sie sie versenden und Meinungen sammeln. Innerhalb der Community, über Facebook, per E-Mail, an die beste Freundin, die Arbeitskollegen oder auch Oma. Die Bewertungen Ihrer Freunde und der Familie können Sie dann direkt unter Hitlisten in Ihrem persönlichen Profil einsehen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg bei der Namenssuche für Ihr Baby. Weitere Informationen zum Thema gibt es auf babyzauber.com oder besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com slash mein.babyzauber